Du willst wissen, ob das Soulslike Lies of Pi wirklich einen Blick wert ist? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Stefan Fuchs, der Platinspieler, und ich beschäftige mich schon seit Jahren mit allen neu erscheinenden Soulslikes. Egal ob gut oder schlecht, einfach oder schwer, ich habe sie alle getestet und ich weiß ganz genau, was die Perlen vom restlichen Dreck abhebt. In diesem Video schauen wir uns Lies of Pi einmal ganz genau an und klären ein für allemal die Frage, ob man diesem Game eine Chance geben sollte oder nicht. Los geht's! Als allererstes möchte ich dir erzählen, in welchem Gemütszustand ich mir Lies of Pi angeschaut habe. Je nachdem, ob man hungrig, grummelig, frustriert oder entspannt und gut gelaunt ist, kann der Eindruck von einem Game ja vollkommen unterschiedlich sein. Im Fall von Lies of Pi war ich extrem begeistert und voller Vorfreude. Ich bin also schon von der allerersten Sekunde an mit einem positiven Grundgefühl an das Spiel herangetreten. Außerdem habe ich, weil ich es über den Game Pass spiele, keinen einzigen Cent für das Game ausgegeben. Das ist extrem wichtig, weil wenn man keine 60 Euro aus der eigenen Tasche zahlen musste, dann ist man natürlich etwas großzügiger und sieht eher über einige Fehler oder Schwachstellen hinweg. Zu guter Letzt wurde mir Lies of Pi aus meiner Community tausendfach wärmstens empfohlen. Das Game wurde geradezu überschüttet mit Lobpreisungen und galt insbesondere kurz nach seinem Release in meiner Community als bestes Nicht-From-Software-Souls-Like aller Zeiten. Mit diesem Mindset bin ich an Lies of Pi herangetreten und dachte schon am Anfang, dass da eigentlich nichts schief gehen kann. Wenn ein Spiel schon von der allerersten Sekunde an als Meisterwerk im Kopf abgespeichert ist, dann muss es einfach gut werden. Zumindest dachte ich das. Und ich wusste anfangs noch nicht, wie falsch ich damit doch liegen würde. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchte ich euch ein neues Spiel vorstellen, das ich gerade gefunden habe. Über den Link in der Beschreibung könnt ihr euch Dragonair Silent Gods herunterladen. Dabei handelt es sich um ein strategisches Open-World-Rollenspiel im klassisch westlichen Fantasy-Style. Wenn du also ein Fan von Dungeons & Dragons bist, dann wirst du dieses Spiel genauso lieben wie ich. Selbst das Gameplay ist genauso wie D&D. Du erstellst dir einen einzigartigen Charakter, würfelst deine Aktionen aus und hast taktische Kämpfe. Über 10 Millionen weltweite Downloads und es ist seit dem Launch fast überall in sämtlichen Top-10-Listen enthalten. Weil ich an einem Windows-PC spiele und Hoodie an einem MacBook, war ich natürlich sofort begeistert, dass Dragonair einfach überall läuft. Windows, Mac, Steam, Epic und sogar auf dem Smartphone über Android und iOS. Als ich dann noch gelesen habe, dass das Game seit dem 17. November eine offizielle Kollaboration mit Dungeons & Dragons hat, was ich schon gefühlt ewig mal spielen wollte, musste ich es einfach ausprobieren. Zugegeben, weil ich mich in D&D jetzt nicht so sehr auskenne, sagen mir die ganz großen Namen wie Dristor, Urdan, L2 und Grandviver jetzt noch nichts. Aber ich habe mir von echten D&D-Profis sagen lassen, dass das richtige Stars in der Szene sind. Während der Kollaboration mit D&D gibt es sogar eine komplette Storyline für Drist und seinen schwarzen Panther Grandviver. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, in das ganze Thema komplett einzutauchen und bin schon mega gespannt auf die ganzen neuen D&D-Charaktere, die in nächster Zeit hinzugefügt werden. Wenn du mitspielen willst, dann lad dir noch heute Dragonair Silent Gods über den Link in der Videobeschreibung herunter. Fangen wir als allererstes mit dem Anfang des Spiels an. Direkt nach dem Start bekommt man eine wunderschöne Filmsequenz und wird von der Grafik einfach nur weggeflasht. Es sieht hammermäßig aus, die Spielfigur erwacht zum Leben und steht von einem geheimnisvollen Stuhl inmitten eines Zugabteils auf. Das erinnert sehr stark an den Start von Bloodborne, ist aber trotzdem eigenständig und so einzigartig, dass man die Parallelen wertschätzen kann, ohne gleich die Das ist aber geklaut, Keule, zu schwingen. So muss das laufen. Man fühlt sich als Soulslike-Fan gleich wie zu Hause und merkt trotzdem, dass man sich in einer völlig eigenen Welt befindet, wo die Entwickler Mühe, Arbeit und Herzblut in die Gestaltung gesteckt haben. Bald darauf wird einem auch schon klar, dass es in diesem Spiel anstatt einem durchschaltbaren Gürtel, in dem für gewöhnlich Heil-Items, Nutzgegenstände und Wurfobjekte für den Kampf vorbereitet werden, gleich zwei Gürtel gibt. Das ist mal was Neues. Eine erfrischende Abwechslung im Genre, die einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad bietet. Schließlich muss man jederzeit wissen, in welchem Gürtel was abgespeichert ist und wo man sich gerade befindet. Sonst setzt man noch versehentlich einen Waffen-Buff ein, obwohl man sich eigentlich nur heilen wollte. Ein kurzer Blick ins Inventar zeigt dann auch schon, dass im unteren Gürtel standardmäßig ein Schleifgerät enthalten ist, was man einsetzen muss, um die Haltbarkeit der eigenen Waffe wiederherzustellen. Uff, da kann man ja nur hoffen, dass es nicht so schlimm ist wie in Breath of the Wild, dass die Waffe nach drei Schlägen schon kaputt geht. Zusätzlich sieht man in der unteren linken Ecke, dass man eine weitere Leiste hat, die angibt, wie oft man mit dem linken Stahlarm angreifen kann. Und unter den Lebenspunkten, die man selbstverständlich ständig im Blick behalten muss, befindet sich auch noch standardmäßig die integrierte Ausdauerleiste. Aber was ist das unter der Ausdauerleiste? Da befindet sich die Anzahl und Ladung der aktuellen Batterien. Die werden für sogenannte Fabelangriffe benötigt, von denen jede Waffe unterschiedliche Angriffe besitzt. Hier musst du natürlich auch jederzeit im Blick haben, ob du noch Aufladungen zur Verfügung hast oder nicht und ob deine Fabelangriffe mit dieser Anzahl an Aufladungen eingesetzt werden können. Unabhängig davon, ob sie in der aktuellen Situation auch eingesetzt werden sollten. Was wir aktuell noch nicht sehen können, weil es erst später relevant wird, ist die Zustandsleiste in der Mitte unten. Die füllt sich immer dann auf, wenn ein negativer Zustand auf den Spieler aufgebaut wird. Abhängig davon, ob diese Leiste fast voll oder komplett leer ist, kann man eher aggressiver vorgehen oder muss sich etwas vorsichtiger verhalten und aus dem Kampf zurückziehen. Und schließlich gibt es eine weitere Leiste, die anzeigt, wie weit sich der Heilgegenstand schon aufgeladen hat, wenn alle Heilobjekte aufgebraucht sind. Im Kampf gegen einen Boss, wo es also auf Millisekunden in der Reaktionsgeschwindigkeit ankommt und schnelle Entscheidungsfähigkeit das A und O ist, muss man insgesamt sieben Leisten im Blick behalten und sich abhängig von deren Zustand entscheiden, was man als nächstes tun sollte. Das ist aber auch nur dann der Fall, wenn man keinen Waffenbuff aktiv hat, der natürlich nochmal einen zusätzlichen Entscheidungsfaktor hinzufügt. Das sind heftige Voraussetzungen, selbst wenn man den Boss aus der Gleichung mal komplett ausklammert. Bei so vielen zu beachtenden Aspekten muss das Spiel ein richtig gutes und intuitives Kampfsystem haben, damit man nicht durcheinander kommt. Wo wir da gerade vom Teufel sprechen, bleiben wir am besten gleich mal beim Kampfsystem. Das ist natürlich in einem Soulslike ein absolutes Herzstück. Der Kern eines richtig guten Soulslikes ist die Charakterentwicklung. Wir Fans erstellen Builds, um unseren Charakter sowohl mit einem bestimmten Aussehen, als auch mit einer bestimmten Spielweise so richtig Leben einzuhauchen. Das treibt die meisten Soulslike-Spieler an, das Game mehr als ein einziges Mal durchzuspielen. Die ständige Frage, was kann ich anders machen? Kann ich das Spiel als Bogenschütze durchspielen? Macht ein reiner Magiebild Sinn? Oder einfach nur ein, ich will das Spiel jetzt einfach mal als Sensenmann mit Umhang und Sense durchspielen? Deswegen brauchen wir schwere Bosse. Denn wenn jeder Boss ein Kinderspiel ist, dann muss ich keinen speziellen Build erstellen, der meinen Charakter auf so niedrigem Level wie möglich so stark wie möglich macht. Man rennt dann ja schließlich einfach nur durchs Spiel durch. Aber genau deswegen brauchen wir eben auch abwechslungsreiche Ausrüstung. Wenn jede Waffe ein minimal anders aussehendes Schwert ist, dann will niemand einen anderen Build ausprobieren. Denn dann fühlt sich einfach alles gleich an. Und genau hier, bei diesem Kerne-Element, liegt die größte Schwäche von Lies of Pi. Aber weil da sehr viele Punkte in ein großes Oberthema reinspielen, lass mich das bitte ein bisschen weiter erläutern. Du findest im Laufe des Spiels viele unterschiedliche Rüstungsteile. Die haben aber keinerlei Auswirkungen auf das Aussehen deines Charakters. Das hat den positiven Effekt, dass du stattechnisch absolut unabhängig von deinem Aussehen bist. Du kannst also die beste Ausrüstung tragen, ohne gleich wie eine Presswurst aus Stahl aussehen zu müssen. Aber du wirst dadurch halt auch nie ein Rüstungsteil ausprobieren, einfach weil es zig wie sonst was aussieht. Dein Erkundungsdrang und der Wunsch, eine Rüstung spielbar zu bekommen, weil du sie einfach spielen willst, wird direkt im Keim erstickt. Aber gibt es denn wenigstens andere Möglichkeiten, das Aussehen zu ändern? Na klar, ja, ja schon. Du kannst einen beigen Mantel anziehen oder... Einen beigen Mantel? Oder einen alten Mantel? Oder einen militärischen Mantel? Ganz ehrlich, die verfügbaren Outfits sehen sich so ähnlich, dass ich quasi nie den Wunsch gespürt habe, ein anderes Outfit zu nehmen. Natürlich habe ich meistens das neueste Outfit getragen, aber es hat sich dann absolut identisch angefühlt. Und nach zwei Minuten hatte ich schon wieder vergessen, dass ich überhaupt ein neues Outfit ausgewählt habe. Daneben gibt es noch freischaltbare Hüte, die fast ausschließlich Masken sind. Hier hat man Unterschiede. Ja, der Charakter kann einen Mauskopf, einen Hundekopf, eine Porzellanmaske und so weiter alles bekommen. Aber auch hier ist wieder das Problem, warum soll ich alle Masken sammeln, obwohl ich genau weiß, dass ich die Wolfsmaske nie wieder ablegen werde? Weil die anderen vielleicht bessere Stats haben? Nein, die Maske hat keine Stats. Also auch hier wieder, entweder du sammelst die, weil du sie sammeln willst, oder eben nicht. Das Spiel gibt dir keinen Anreiz, alle zu sammeln. Ein letztes Problem, was ich im Speziellen mit der Rüstung habe, ist, dass ich die Bezeichnungen einfach nicht fühle. Aber daher gebe ich ganz ehrlich zu, das ist ein Ich-Problem und kein Wir-Problem. So manch einer fühlt sich geil, wenn er anstatt einem Aluminium-Gehäuse ein Titan-Gehäuse installiert und die Opal-besetzten Federn für N3671-Federn austauscht. Gut, aber ich leider nicht. Das gesamte Rüstungssystem war für mich absolut unbefriedigend und hat keinen Spaß gemacht. Also habe ich einfach die Rüstung mit den besten Stats genommen, die ich anlegen konnte, ohne in die schwere Traglast reinzurutschen. Das war's. Und die Rüstung habe ich dann aber auch so lange nicht geändert, wie meine Traglast gleich geblieben ist. Das macht keinen Spaß und das bringt mich definitiv auch nicht dazu, irgendetwas anderes oder Neues auszuprobieren. Noch viel wichtiger als die Rüstung und die Optik sind aber die Waffen und das reine Kampfsystem. Hier bekommen wir am Anfang drei Waffen zur Auswahl. Genauso wie in Bloodborne. Aber was ist das? Pfad der Stärke, der Geschicklichkeit und der Ausgewogenheit. Ja, richtig gehört. Statt vier bis fünf für Angriffe relevante Attribute hat Lies of P lediglich zwei für den Angriff relevante Attribute. Entsprechend gibt es nicht tausende von validen Verteilungsmöglichkeiten, sondern exakt drei. Entweder du haust alle deine offensiven Punkte in Stärke, also Entschlossenheit, oder du haust sie in Geschicklichkeit, also Technik. Oder halt gleichmäßig in beide verteilt. Magische Attribute gibt es keine, weil es kein Magiesystem in dem Spiel gibt, obwohl man es meiner Meinung nach in den Themenbereich locker hätte integrieren können. Nur wäre dann halt aus einem Flammenwurf eben ein Flammenwerfer geworden. Man hätte ohne Probleme verschiedene Technikzweige integrieren können, wo du zum Beispiel Pyrotechnik oder Kryptotechnik oder halt Elektrotechnik einsetzen musst, um deine Gegner zu besiegen. Und je nachdem, wie gut du dich mit der speziellen Art von Technik, wie zum Beispiel Pyrotechnik auskennst, wäre dann dein Feuerschaden gestiegen. Das ist alles verspieltes Potenzial, weil das ist im Spiel nicht integriert. Genauso gibt es keinen Fernkampf. Also bist du vollständig auf den Nahkampf angewiesen und kannst keinen anderen Kampfstil wählen. Vitalität erhöht lediglich deine Lebenspunkte, Stärke, deine Ausdauer, Ladung, deine Traglast und Fortschritt, deine sogenannte Legion, also die Leiste in der unteren linken Ecke für Spezialangriffe aus deinem Arm. Das war's. Keine Builds, keine Optimierung, kein gar nichts. Du musst dich also nur entscheiden, ob du mehr Leben, mehr Rüstung, mehr Ausdauer oder mehr Schaden haben willst. Wenn du das weißt, weißt du ganz genau, in welches Attribut du Punkte rein investierst. Kreativität beim Builds ausdenken gleich Null. Aber hey, immerhin ist klar, was die einzelnen Attribute machen. Also kann man ja doch was optimieren, oder? Nicht ganz. Unterschiedliche Waffen haben natürlich bestimmte Mindestanforderungen, was die Stats angeht. So kannst du also keine Technikwaffe führen, wenn du alle Punkte in Entschlossenheit reingepackt hast. Von daher kann man schon etwas falsch machen. Das Scaling der Waffen ist aber quasi auch wieder nicht vorhanden. Meine Bosswaffe auf Plus 4, also fast auf maximaler Stufe, bekommt ganze zwei Schadenspunkte dazu, wenn ich einen weiteren Attributspunkt in ihr bestskalierendes Attribut investiere. Und diese Waffe hat ein vergleichsweise hohes Scaling. Damit du dir besser vorstellen kannst, was für einen Unterschied das macht, die Waffe hat einen Schadensoutput von 400, das heißt ein Level Up erhöht meinen Schaden um 0,5%. Das ist so verschwindend gering, dass es sich schon sehr bald gar nicht mehr lohnt, überhaupt noch etwas in offensive Werte zu investieren. Aber wie sieht es denn mit den defensiven Werten aus? Was bekomme ich, wenn ich die Lebenspunkte verbessere? 10 Lebenspunkte bei 600 maximalen Lebenspunkten. Also bringt mir ein Level Up 1,6% mehr Leben. Das ist nicht einmal ein einziger Hit von den schwächsten umherlaufenden Mini-Gegnern. Du musst 10 Level aufsteigen, damit dich die kleinen Mini-Gegner ein einziges Mal öfter treffen können, bevor du stirbst. Bosse ziehen dir gerne mal mit einer einzigen starken Attacke 80% deiner Gesamtlebenspunkte ab. Da ist der Zugewinn durch ein paar Level Ups absolut nichts wert. Der Unterschied zwischen einem Glaskanone-Bild und einem Full-Tank-Bild ist, dass dich der Boss als Glaskanone nur zweimal treffen muss und du als Full-Tank erst nach dem dritten Treffer stirbst. Und letztlich ist die Auswahl an Waffen auch noch sehr stark eingeschränkt. Die bekannten Wiki-Seiten wie zum Beispiel Fextralife machen sich nicht einmal den Aufwand, die Waffen nach Typ zu ordnen, weil es so wenige gibt. Wenn du extrem gründlich suchst, dann findest du insgesamt 8 Großschwerter, 7 Keulen, 5 Dolche, 5 Kurzschwerter, 3 Großkeulen und nur eine einzige Sense. Wichtig ist hier, dass sowohl das Katana als auch eine ringförmige Klinge gleichermaßen als Kurzschwert zählen. Wenn du also gern mit einem Katana spielen möchtest und dich als Samurai fühlen willst, dann hast du exakt eine einzige Waffe zur Auswahl. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn du deinen Charakter in einer bestimmten thematischen Richtung ausrüsten möchtest, dann kannst du, wenn überhaupt, nur eine einzige Waffe wählen und das ist einfach viel zu wenig. Wir haben also ein Souls-like, in dem es kaum Abwechslung hinsichtlich der Ausrüstung gibt, wo es statt 20 Spielstilen nur einen einzigen gibt und wo du selbst durch das Aufleveln deines Charakters kaum ein Gefühl von Fortschritt bekommen wirst. Das ist schon mal eine gute Basis für einen Souls-like. Not. Aber hey, warum ist überhaupt Waffenvielfalt und Bildvielfalt so unglaublich wichtig? Kann es nicht eventuell sein, dass das alles überbewertet ist und ein richtig gut gemachtes lineares Souls-like viel besser ist als eins, wo du tausende Wege hast und dich frei entfalten kannst? Naja, ein Grund ist natürlich die Wiederspielbarkeit. Wenn ich mehr Waffen zur Auswahl habe, viele unterschiedliche Builds ausprobieren kann, dann will ich das Spiel häufiger spielen und auch mal einen anderen Build ausprobieren. Zweites ist das natürlich auch für den Online-Play extrem wichtig, egal ob du jetzt mit Leuten zusammenspielst oder gegen Leute antrittst und Duelle ausführst. Und genau hier im Online-Multiplayer muss man ganz ehrlich sagen, kackt Lies of P eben auch ab. Der Online-Multiplayer ist so ziemlich die Königsdisziplin in einem guten Souls-like. Einmal möchtest du natürlich, dass die Leute sich gegenseitig bei schweren Bossen helfen können, dass die Leute gemeinsam ihr Abenteuer spielen können, aber du willst natürlich auch ein System integrieren, in dem sich die Leute gegenseitig bekämpfen können und dadurch im Idealfall auch noch Belohnungen erspielen können. Das ist das, wonach man heutzutage ein gutes Souls-like von einem schlechten Souls-like unterscheidet. Wie stabil läuft der Online-Multiplayer? Wie groß sind die Belohnungen, die man bekommt? Ist es möglich, die Belohnungen auch offline zu bekommen? Was bietet mir die Erfahrung im Spiel mit anderen? Und diese riesengroße Königsdisziplin, bei der man so viel falsch machen kann, hat Lies of P sich nicht einmal herangetraut. Ja, du hast richtig gehört, du kannst nicht mit deinen Freunden gemeinsam spielen, du kannst niemandem helfen, du kannst keine Hilfe von Freunden bekommen und du kannst nicht gegen andere Leute online antreten. Zugegebenermaßen, wenn du gegen andere Leute online antreten könntest, würdest du sehr schnell sehen, dass sämtliche Spieler exakt die gleichen 2 bis maximal 3 Builds spielen und dann würde auch der letzte Spieler sehen, dass das Spiel keine Abwechslung und keine Vielfalt bietet. Von daher ist hier jetzt natürlich fraglich, ob die Entwickler bewusst auf diesen Modus verzichtet haben weil sie ganz genau wussten, was die Spieler dann zu sehen bekommen, ob sie es einfach nicht geschafft haben, diesen Modus umzusetzen oder ob sie sich aus designtechnischen Gründen gegen den Online-Multiplayer entschieden haben. Nichtsdestotrotz müssen wir hier in dem Review definitiv sagen, dass Lies of P im Gegensatz zu sämtlichen anderen Souls-like Spielen einen riesigen Aspekt weniger bietet und damit nur eine eingeschränkte Souls-like Erfahrung ermöglicht. Nach den ganzen negativen Aspekten versuchen wir jetzt einmal positiv zu bleiben. Wenn der Charakter nicht nennenswert stärker wird, dann heißt das doch aber auch im Umkehrschluss, dass man selbst auf Level 1 alle Bosse besiegen können müsste, oder? Ja, schon, aber macht es denn Spaß, gegen die Bosse zu kämpfen? Über Sieg oder Niederlage entscheidet hier ausschließlich, wie gut du den Boss kennst und ob du das individuelle Timing des Bosses in jeder Hinsicht verinnerlicht hast. Du kannst dich nicht wirklich auf Kämpfe vorbereiten, selbst das Üben von perfekten Paraden bringt dir nur bedingt etwas, weil du nicht mal ansatzweise vorausahnen kannst, wie sich die Bosse bewegen und wann dich die Hitbox treffen wird. Manche Attacken müssen pariert werden, bevor du überhaupt Kontakt mit dem Gegner hast, andere müssen dann getriggert werden, wenn sich die Charaktermodelle schon überschneiden. Und du halb im Gegner drinsteckst. In den meisten Fällen ist es einfacher, den Attacken mit einer Ausweichrolle auszuweichen, als sie zu parieren. Aber was ist denn nun eigentlich besser? Ausweichen oder parieren? Naja, manche Attacken lassen sich nur parieren und beim Ausweichen würdest du Schaden erleiden, vorausgesetzt du hast kein ganz spezielles Item ausgerüstet. Aber es gibt genauso auch Grab-Angriffe, die in der Regel absolut identisch zu normalen Schlägen aussehen und die können natürlich nicht pariert werden, sondern müssen ausgewichen werden. Um einen Boss zu besiegen, musst du also nicht das Kampfsystem des Spiels beherrschen, sondern über Try and Error langwierig herausfinden, an welchen winzig kleinen Bewegungen du erkennen kannst, ob du als nächstes ausweichen oder parieren musst und wann du den Gegner angreifen kannst. Wie lange du das machen und immer wieder wiederholen musst, ist von deinem Damage-Output abhängig. Aber bis auf minimale Unterschiede in den Damage-Zahlen und in den Animationen, ist dabei auch völlig egal, welche Waffe du führst. Der für den Sieg erforderliche Spielstil ist immer gleich. Und egal wie viele Videos du dir anschaust, wie Leute einen bestimmten Boss besiegen, die Leute werden sich immer identisch verhalten, weil der grundsätzliche Spielstil eben immer identisch ist. Aber hey, sowas kann ja beim allerersten Souls-Like, was man macht, schon mal passieren. Und das ist das allererste Souls-Like, was dieses Studio entwickelt hat. Schließlich bleibt der Boss aber trotzdem eine Herausforderung und wenn der Sieg dann da ist, dann ist er süß wie Honig. Den kannst du richtig auskosten, bis der nächste Boss dann kommt. Was aber ab der Hälfte des Spiels nur noch knapp zwei Minuten sind. Während am Anfang des Spiels wirklich noch Arbeit in gutes Level-Design gesteckt wurde, fühlt sich insbesondere das Ende dann nur noch an wie eine Aneinanderreihung von Bossräumen, wo selbst Bosse aus dem Spiel wiederverwendet werden und du gegen nahezu exakt die Bosse nochmal ran musst, die du schon mal gelegt hast. Einziger Unterschied ist, dass der Schaden, den der Boss macht, nochmal extrem hochgedreht wird oder er zusätzlich noch einen nervigen Status-Effekt auslöst. Versteht mich nicht falsch, Status-Effekte sind immer ein Ärgernis, aber in diesem Spiel sind sie übertrieben brutal. Bei Verfall bekommst du nicht nur Giftschaden, der höher als deine maximalen Lebenspunkte ist, sondern deine Waffe geht auch noch rapide kaputt. Wenn du sie nicht reparierst, während du dem in Lichtgeschwindigkeit angreifenden Boss ausweichst, dann stehst du plötzlich ohne Waffe da und kannst den Kampf fast schon aufgeben. Der Effekt Störung ist sogar ein Instant-K.O. Wenn du dann gegen vier Bosse gleichzeitig antreten musst, die alle einen anderen Status-Effekt auslösen, dann vergeht einem ganz schnell die Lust und der verbleibende Spaß am Spiel. Doch nicht nur die Bosse selbst werden wiederverwertet und treten mehrfach gegen dich an. Selbst die Level kommen teilweise mehrfach vor. Der allererste Bereich des Spiels, quasi das Tutorial-Gebiet, ist für den Abschluss von Nebenquests relevant, ist aber im Endgame des Spiels nicht mehr zugänglich, weil in exakt dem gleichen Level nun andere Gegner platziert werden und durch Blockaden und geöffnete Pfade ein leicht anderer Weg durch das Level genommen wird. Natürlich ist es nichts Neues im Genre der Souls-Likes, dass Nebenquests auch versaut werden können und man sie teilweise nicht mehr abschließen kann, wenn man in der Hauptstory zu schnell und zu weit voranschreitet. Aber das Abriegeln eines kompletten Stadtteils, weil man ihn einfach doppelt genutzt hat, fühlt sich da schon sehr faul an. Wie sieht es jetzt aber mit der Lore des Games aus? Ist die wenigstens spannend und abwechslungsreich? Oh ja, die ist so abwechslungsreich, dass du gar nicht mehr weißt, wann sie gewechselt wurde. Die meisten Bosse haben null Relevanz für die Gesamtstory und sind lediglich dort, weil du sie besiegen musst. Von den ersten sechs Hauptbossen haben nur zwei einen eigenen Namen. So relevant sind die für die Story. Andere Hauptbosse tauchen später sogar als normale Gegner auf und verlieren damit ihren Bossstatus komplett. Wir reden hier nicht nur über kleine Minibosse, sondern über die großen Kämpfe, die man gewinnen muss, um die Story voranzutreiben. Eigentlich ist der beste Part am Besiegen eines Bosses, dass man mehr Hintergrundinformationen über ihn und Waffen sowie Rüstungen bekommt, die an ihn erinnern, sodass man dadurch besser versteht, was diesen Boss und diesen Sieg so besonders macht. Nicht in Lies of Peel. Hier bekommst du unter anderem von einem Boss, der ausschließlich mit seinen Fäusten kämpft, ein semi-magisches blaues Schwert, was Steine auf sich drauf wachsen lässt. Frag nicht, was das für einen Bezug zu dem Boss hat, denn es hat keinen. Selbst das Großthema des Spiels wechselt ständig. Achtung, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, also überspring bitte bis zum nächsten Kapitel, wenn du den ganzen Story-Nonsens nicht hören möchtest. Also, du beginnst das Spiel mehr oder weniger mit der Aufgabe, den Aufstand der Puppen niederzuschlagen. Dabei musst du unter anderem auch gegen religiöse Figuren und einen gefallenen Engel antreten, der später nie wieder erwähnt wird. Sobald der Aufstand niedergeschlagen ist, sollst du ein Heilmittel gegen die Krankheit der Besitzerin des Hotels suchen, in dem dein Schöpfer Schepetto untergestiegen ist. Du findest aber heraus, dass es keine Heilung gibt und dass die Alchemisten der Stadt böse sind. Was für eine Überraschung. Also schicken dich deine Freunde in einen weit entfernten Sumpf, um herauszufinden, wie man zur Basis der Alchemisten kommt. Am Schluss deiner Reise landest du ganz zufällig wieder beim Hotel und findest heraus, dass die bösen Alchemisten Schepetto entführt haben und deine Freunde, die dich übrigens auf diese Reise geschickt haben, die ganze Zeit über wussten, dass der Eingang zur Basis der Alchemisten mitten im Hotel ist. Die finale Mission ist dann, Schepetto zu retten und... Ach, weißt du was? Ich bin raus. Der rote Faden der Geschichte sitzt in der Ecke da hinten und weint gerade. Schließlich kommen wir noch zu meinem letzten Kritikpunkt. Lies of Pi ist überladen mit Ideen, die alle direkt wieder verworfen werden und kaum mehr machen, als den Spieler zu verwirren. So kannst du zum Beispiel normale Nicht-Boss-Waffen selbst zusammenbauen. Der Kopf der Waffe bestimmt das Moveset und der Griff bestimmt das Scaling. Nette Grundidee, aber da es nur zwei offensive Attribute gibt, hat jeder, ich nenn's mal in Anführungszeichen Build, immer einen besten Griff und so verfällt die ganze Mechanik spätestens ab dem Mid-Game. Im Laufe des Spiels bekommst du einen kleinen Zauberwürfel. Der ist eine nette Spielerei, wurde sogar in einem Teilbereich der Story ganz kurz mit eingewoben, aber wird später komplett irrelevant, weil man den Würfel nach jeder Nutzung umständlich neu aufladen muss und das ist bei 20 Versuchen, bis ein Boss liegt, echt blöd. Du kannst deinen Charakter aber auch mit Quarz aufwerten und ihm heftig starke neue Buffs geben. Nach den ersten zwei Leveln wiederholen sich aber alle Buffs nur noch und halten keine Überraschungen mehr parat. Hier bekommst du dann nur noch kürzere Cooldowns und höhere Grundwerte, wie zum Beispiel zwei zusätzliche Heil-Items statt nur einem. Die Quarz-Upgrades werden also von wahren Game-Changern am Anfang des Spiels zu kleineren Mini-Buffs und Nice-to-Haves am Ende des Spiels. Dann wird aber noch ein Goldbaum eingeführt, der Goldmünzen-Früchte trägt. Diese komplette Mechanik ist von der vergangenen Echtzeit abhängig und somit musst du, um die Goldmünzen zu farmen, dein Spiel einfach nur im Leerlauf lassen und einmal pro Stunde den Baum anklicken oder eben einmal pro Stunde ins Hotel zurückkehren, um deine Münzen abzuholen. Das gehört vielleicht in ein Mobile-Game, aber doch nicht in ein Souls-like. Genau so gibt es in dem Spiel einen sogenannten König der Rätsel. Beim ersten und vielleicht noch beim zweiten Rätsel wurde es sich noch Mühe gegeben, aber danach bekommst du gar keine Rätsel mehr bei diesem NPC, sondern holst dir quasi einfach nur noch deinen Schlüssel ab, der eine Tür öffnet, wo hinter sich ein paar Goodies befinden. Dann gibt es aber natürlich noch das Reputations- und Menschlichkeitssystem, wo du immer menschlicher wirst, je mehr du lügst. Zusätzlich haben noch ein paar andere Sachen Auswirkungen auf deine Menschlichkeit, aber es geht hauptsächlich ums Lügen. Was bringt dieses ganze versteckte System? Naja, es entscheidet darüber, ob dich die Katze im Hotel gerade mag oder nicht. Je menschlicher du bist, umso mehr mag sie dich. Aber zugegeben, immerhin, wenn du eine sehr, 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 sehr hohe Menschlichkeit hast, bekommst du auch noch Zugang zu einem Extra-Ending. Und dann haben wir natürlich noch die Nebenquests. Die ersten waren ganz nice und haben gezeigt, mit welchen Problemen die Leute in Krat zu kämpfen haben, aber wie du dir sicher denken kannst, lässt die Qualität extrem schnell, extrem deutlich nach. So musst du später nur noch eine Frau Alk aus dem Keller eines anderen Hauses holen. Wow! Je weiter es Richtung Endgame geht, umso weniger Nebenquests bekommst du natürlich auch. Alles in allem ist Lies of P vollgestopft mit Lügen und Enttäuschungen. Das passt zwar zum Thema, aber macht trotzdem kein gutes Souls-like aus. Ganz ehrlich, es fühlt sich fast schon so an, als ob das Team aus 20 Leuten besteht und jeder durfte sich eine Mechanic ausdenken, die garantiert ins Spiel kommt, egal ob es passt oder nicht. Alles in allem muss ich sagen, dass ich Lies of P nicht weiterempfehlen kann. Das Spiel ist so lange gut, bis die ersten Review-Schreiber für Gaming-Magazine keine Lust und vor allem keine Zeit mehr haben, um sich das Spiel genauer anzuschauen. Kurz nach diesem Punkt bricht das ganze Konzept in sich zusammen und es wird deutlich, dass gleichzeitig zu viele Mechanics integriert und viel zu wenig Tiefgang für die zuvor eingeführten Mechanics umgesetzt wurden. Wenn du also ein gutes Souls-like spielen willst, dann bist du hier falsch. Schau dir in dem Fall lieber Lords of the Fallen an. Wenn du ein gutes Rollenspiel spielen willst, dann bist du hier leider auch falsch. Schau dir in dem Fall lieber Dragonair oder Baldur's Gate an. Bist du aber auf der Suche nach einem interessanten Konzeptentwurf, der viele neue Denkanstöße für die langfristige Entwicklung des Genres bietet, dann ist Lies of P genau das Richtige für dich. Es ist sehr spannend und interessant zu sehen, welches Potenzial die verschiedenen Ideen bergen, weil das Potenzial aber nicht mal ansatzweise ausgeschöpft wird, bleibt es trotzdem nur ein Konzeptart. An dieser Stelle will ich aber noch betonen, dass man selbstverständlich mit Lies of P Spaß haben kann. Es gibt auch sehr viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, die das Game extrem feiern. Wenn man aber so viele Souls-Likes durchgespielt hat wie ich, dann sieht man die unzähligen Probleme schon sehr deutlich und ist einfach nur enttäuscht. Insbesondere der spürbare Absturz der Qualität zu dem Zeitpunkt, wo die meisten Reviewer aufgrund von Zeitdruck und Zeitmangel nicht mehr weiterspielen können, ist schon wirklich ein Schlag ins Gesicht. Da merkt man deutlich, dass man ein Spiel nicht nur anhand der ersten Hälfte bewerten sollte, sondern das Ende immer noch einen großen Unterschied machen kann. Ich wünsche dir aber trotzdem noch weiterhin ganz viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, bye! Bye, bye! Bye!